Bitcoin ist womöglich eins, wenn nicht sogar das interessanteste Projekt für das Jahr 2024 und wohlmöglich die Zahlungswährung der Zukunft. Was Bitcoin ist, wie das Ganze funktioniert und vor allem wie du das Ganze auch am Markt handeln kannst, das zeige ich dir heute einmal mit meiner Bullenmarkt Bitcoin Trading Strategie für das Jahr 2024. Das ist eine Trading Strategie, die ich dir heute kostenlos mit an die Hand gebe. Dort werde ich dir einmal zeigen, wie ich das Ganze am Markt anwende, alle Indikatoren, die ich nutze, sowie alle passenden Einstellungen. Und genau deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dieses Video bis zum Ende anzuschauen, denn nur so wirst du alle Schritte von mir einmal Step by Step nachvollziehen können und die richtigen Einstellungen natürlich auch kopieren können. Das ist an der Stelle einmal ganz, ganz wichtig. Bevor wir jetzt aber rein in den Chart gehen, hier nochmal der Hinweis, wenn euch solche Videos zum Thema Bitcoin, zum Thema Trading interessieren, dann lasst dem ganzen Video doch gerne ein Like und ein Abo da. Ein Abo auf diesem Kanal ist selbstverständlich kostenlos. Ihr könnt natürlich auch gerne die Glocke aktivieren, damit ihr zukünftig direkt benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video von mir rauskommt und ihr direkt auf dem neuesten Stand seid. Ansonsten könnt ihr auch gerne einmal die Videobeschreibung unten abchecken, da kommt ihr noch zur Trading Team Community. Ganz wichtig, das ist eine kostenlose Gruppe, wo ihr noch mehr Wert, noch mehr Inhalte zum Thema Trading und weiteres bekommt. Wenn ihr darauf Bock habt, checkt das Ganze gerne ab. Ist auch sehr, sehr aktiv derzeit. Von daher würde ich sagen, wir gehen jetzt direkt einmal rein in den Markt. Wir gucken uns direkt einmal die heutige Trading Strategie an. Und let's go! So Leute, wir sind jetzt hier bereits einmal im Chart drinnen. Bevor wir jetzt hier weitermachen, direkt einmal der Hinweis. Ihr seht, ich bin jetzt hier oben einmal im Mixed Contract Markt drinnen. Ja, und zwar bei BitGet. Für die Leute, die BitGet noch nicht kennen, BitGet ist die Börse meines Vertrauens, die ich persönlich zum Traden nutze. In meinen Augen eine der besten Börsen, wie gesagt, da draußen. Mit extrem vielen Sachen wie Proof of Reserve, sehr nice Übersicht, gute Märkte, gute Liquidity drinnen. Somit könnt ihr das Ganze gerne einmal abchecken. Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. Über meinen Link spart ihr übrigens auch nochmal 15% der Handelsgebühren, was eine sehr, sehr nice Sache ist. Von daher, checkt BitGet gerne einmal ab. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt einmal wieder zurück zum Chart. Im Chart drinnen ist es ganz, ganz wichtig, hier in dieser Strategie einmal nachzuvollziehen, dass wir für diese Strategie zwei verschiedene Timeframes nutzen. Wenn ihr übrigens auch wollt, dass ich diese Strategie mal live trade, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Das erste, was wir hier angucken, ist einmal dieser kleine Pfeil, denn darüber sehen wir hier einmal die richtigen Timeframes an. Für diese Strategie nutzen wir zunächst einmal den 4-Stunden-Timeframe und zusätzlich den 5-Minuten-Timeframe. Ganz wichtig bei solchen Strategien sind natürlich unsere vier wichtigsten Punkte und zwar Regel Nummer 1, befolge die Regeln und Anweisungen. Nein, du wirst nicht aufgrund von irgendwelchen News diese Regeln ändern und was auch immer, befolge dem System. Punkt Nummer 2, Risikomanagement. Du musst wissen, wie viel Geld du bereit bist, in einen Trade einzusetzen und dieses Geld kalkulierst du bitte auch für diesen Trade. Regel Nummer 3, Stop Loss. Regel Nummer 4, Take Profit. Das werden wir uns natürlich auch gleich einmal ganz genau angucken. Dementsprechend ganz, ganz wichtig, diese vier Regeln immer befolgen bei jeder Strategie, die du anwendest, damit das Ganze aufgeht. Und jetzt machen wir weiter mit der Strategie. Nachdem wir nun also jetzt hier den richtigen Timeframe eingestellt haben, gehen wir einmal hier oben auf das kleine Indikatorenfeld rein und geben jetzt hier den FLI-Indikator ein. Wenn euch das Ganze hier nicht direkt angezeigt wird, dann gebt ihr einfach einmal Follow the Line Indikator. Ja, hier stand ja schon gerade. Follow Line Indicator. Sorry, genau diesen Indikator meine ich einmal. Wir drücken jetzt hier einmal drauf und daraufhin werdet ihr jetzt im Hintergrund einmal sehen, dass sich hier direkt so ein Indikator im Markt bildet. Bevor wir jetzt aber hier weitermachen, ganz, ganz wichtig, geht hier einmal in die Einstellungen rein. Das macht ihr, indem ihr hier oben einfach auf dieses kleine Zahnrad drückt oder aber auch alternativ einfach Doppelklick hier einmal auf die blaue Linie macht. Dann bekommt ihr hier diesen Indikator einmal direkt angezeigt. Ganz, ganz wichtig, was ich hier immer tue, ist die blaue Farbe hier durch grün zu ersetzen. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr lustig seid. Ihr könnt es aber auch auf blau lassen. Je wichtiger ist hier die Eingaben einmal richtig zu haben. Da habe ich hier immer 21, 1, 5. Ganz, ganz wichtig, dass ihr die Einstellungen genau so habt. Dann somit werden hier schon einige falsche Signale nachher einmal aussortiert. Dementsprechend das Ganze hier einmal pausieren und die ganzen Sachen genauso einstellen. Nachdem wir das also haben, haben wir jetzt hier also einmal unseren Indikator im Markt drinne. Und grob gesagt ist dieser relativ einfach erklärt. Wir haben hier eine grüne Linie, wir haben eine rote Linie. Und diese roten Linien und diese grünen Linien sind mit Bomben und Hammern einmal versehrt. Hammer steht dabei für die sogenannten Short Trades. Das heißt, den Markt abzuverkaufen. Die Bombe, die steht in dem Fall für Long Trades. Das ist aber jetzt hier im 4-Stunden-Chart noch gar nicht wichtig, sondern da kommen wir im 5-Minuten-Chart drauf zurück. Ihr seht, das ist auch keine Strategie, die euch jetzt hier alle 10 Sekunden einen neuen Trade gibt, sondern wirklich nur ausgewählte Trades. Und hier ist es jetzt so, dass wir uns erstmal im 4-Stunden-Chart in Kombination mit dem Indikator natürlich angucken, wie ist denn hier die Trendsituation. Und wenn wir uns das hier anschauen, sehen wir selbstverständlich, dass der Trend unfassbar bullig ist. Bitcoin hat wieder die 40.000er-Marken durchbrochen, extrem, extrem bullige Tage hier. Und somit wissen wir, dass wenn wir jetzt in den kleineren Timeframe reingehen, dass wir uns prinzipiell eher auf die Bomben konzentrieren, also auf die sogenannten Long Trades. Und das tun wir jetzt einmal, indem wir hier in den 5-Minuten-Markt reingehen. Und hier sehen wir jetzt schon, dass deutlich mehr Signale kommen. Aber, was wir ja gerade gesagt haben, ist, wir konzentrieren uns auf die Bomben und nicht auf die Hammer. Es ist aber jetzt hier nicht so, dass wir prinzipiell bei jeder Bombe in den Markt reingehen, denn so funktioniert Trading einfach nicht, dass ihr hier einfach nur Buy-and-Sell-Signale bekommt in so einem Standardindikator. Ganz im Gegenteil, wir nutzen diese Einstiege in Kombination mit unserem Fachwissen, ja. Und das nennt sich in unserem Fall heute eine Mischung aus Support und Resistant, sowie der Price-Action-Analyse. Wie geht das? Und zwar gucken wir uns einmal an, wenn wir uns das Ganze hier angucken, wo sind denn hier die wichtigen Key-Level? Punkt Nummer 1, wir markieren uns erst einmal die Support- und Resistant-Felder, auf Deutsch Unterstützung und Widerstandsbereiche. Das sehen wir in Bereichen, wo der Markt zum Beispiel immer und immer wieder nach unten fällt. Und das sehen wir hier zum Beispiel ganz, ganz klar, dass es hier in diesem Bereich einmal der Resistant-Bereich ist. Gleichzeitig haben wir das natürlich hier auch einmal für den Support-Bereich. Wir sehen zum Beispiel, dass in diesem Bereich der Markt hier sehr, sehr häufig reagiert hat, ja. Das ist natürlich jetzt hier am aktuellen Ist-Markt. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass zum Beispiel hier in dieser Zone der Markt sehr, sehr oft Support hatte, bevor er hier nach unten durchgebrochen ist. Das heißt, hier reden wir auch von einem sehr, sehr starken Key-Level, okay. Okay, sowas macht ihr in der Regel und guckt euch dann an, wie das Ganze funktioniert. Und das zeige ich euch einmal jetzt. Denn wir gehen jetzt zum Beispiel einmal zurück im Chart, ja. Dafür können wir hier bei TradingView den Chart einfach mal ein bisschen zurückspulen. Und zwar jetzt zum Beispiel auf diesen Punkt, ja. Das heißt, wir haben jetzt hier gesehen, okay, der Markt ist hier nach unten durchgebrochen und wir bekommen hier die erste Bombe angezeigt. Wären wir mit dieser Bombe jetzt hier zum Beispiel in den Trade reingegangen, das wäre jetzt genau hier gewesen, hätten wir hier tatsächlich noch eine sehr, sehr starke, schöne, bullige Candle mitgenommen und 0,4% hier nochmal erwirtschaften können aus diesem Trade. Das tun wir aber nicht. Denn das wäre hier sehr, sehr fahrlässig, sondern wir wollen hier auf das sogenannte Retesten warten. Und das bedeutet, dass wir uns angucken, dass der Markt nach so einer Bombe nach oben geht, aber dann wieder in unseren Support reinläuft und sollte dann hier in diesen Bereichen wieder eine Bombe kommen, dann ist das unser Zeichen dafür, dass wir uns hier in einen Long Trade einmal begeben. Wenn wir das Ganze jetzt hier einmal durchlaufen lassen, dann sehen wir, dass der Markt hier sich in dieser Konsolidierungsphase befunden hat, wieder nach oben ausgebrochen ist. Was jetzt hier cool zu sehen ist, ist, dass wir hier jetzt auch wieder in diesen Bereich reingekommen sind, ja. Ihr seht, wir haben hier den Retest in unserer Supportzone einmal ganz genau gesehen, was hier genau das ist, was wir hier natürlich einmal sehen wollten. Und das wäre jetzt hier in unserem Fall auch der Bereich. Und boom, hier mit der Bombe, dass wir wieder in einen Trade einsteigen, ja. Ja, genau hier an diesem Punkt wären wir hier in den Trade einmal eingestiegen. Bezüglich des Risikomanagements gibt es jetzt hier zwei verschiedene Vorgehensweise. Option 1 ist, um das Resistance-Feld zu nehmen und dieses als Take-Profit-Bereich anzusehen. Ich persönlich wäre hier in den Trade reingegangen, hätte hier meinen Stop-Loss einmal unterhalb des letzten Lows gut platziert, was hier der Fall gewesen wäre, und hätte meinen Take-Profit hier mindestens über diesem letzten High oder wahrscheinlich sogar deutlich höher bis hier oben einmal platziert. Gucken wir uns an, wie das Ganze hier weiter gelaufen wäre. Sehen wir, dass der Markt sich jetzt hier sehr volatil bewegt hat, wie hier nochmal in Richtung unsere Stop-Loss gelaufen sind. Der Markt aber dann hier doch durchaus positive Reaktionen mitgesehen haben, wenn wir hier nochmal einen Call bekommen haben von unserem Indikator, was hier auf jeden Fall auch sehr, sehr wünschenswert ist. Umso mehr positive Bestätigung, umso besser für uns. Und dass wir jetzt hier schon langsam in die Take-Profit-Areas reingehen. Ich persönlich hätte jetzt hier in diesem Bereich meinen ersten Teil-Profit mitgenommen, denn da war das vorherige hoch. Dort hätte ich 50% meiner Position mit Profit geschlossen und meinen Stop-Loss dann hier einmal auf Break-Even gesetzt. Wir lassen das Ganze weiterlaufen und sehen, dass wir hier wieder in den Drawdown reingehen. Wir haben unseren Teil-Profit noch nicht angelaufen. Ganz, ganz wichtig. Der Markt ist hier nach wie vor in der Bewegung, wie wir sehen. Wir gehen es einfach gemeinsam durch, damit ihr hier den maximalen Lernerfolg habt. Wir hätten hier wieder einen Trade-Einstieg bekommen und der Markt hat hier wieder sehr, sehr bullig reagiert. Und boom, sind wir jetzt hier Richtung unseres Teil-Profits gegangen. Wir wären jetzt hier mit 50% bereits im Profit einmal drin. Wir hätten jetzt hier also unsere Position genommen. Ich kann es ja hier einmal für euch zeigen. Hätten diese jetzt hier, wenn wir das Ganze weiter nach rechts ziehen, wären wir jetzt hier schon in unserem Teil-Profit drin, hätten unseren Stop-Loss hier einmal auf Break-Even. Und das hier ist tatsächlich der aktuelle Ist-Chart, Leute. Das heißt, wir sind hier brandaktuell am aktuellen Chart. Somit seht ihr, das Ganze ist jetzt nicht, wo ich irgendwie eine Historie rumsuchen muss, um da was zu finden. Es ist eine sehr, sehr nice Trading-Strategie in meinen Augen, vor allem angepasst auf den Bitcoin. Checkt das Ganze gerne einmal ab. Checkt, wie gesagt, die Videobeschreibung ab, sowohl für den Broker wie auch für die Trading-Team-Community. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ich das Ganze live traden soll. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao!